Helmut Die Wald. Unsere gestohlene Geschichte. In Schriftenreihe der Deutschen Akademie für Bildung und Kultur, Heft 40, München 1992. In der Geschichte unserer Gegenwart des 20. Jahrhunderts gibt es zwei markante Einschnitte. Den Versailler Vertrag des Jahres 1919 und den 8. Mai 1945. Am 8. Mai 1945 wurde in Europa der Zweite Weltkrieg beendet. Wer diesen Tag mit Bewusstsein erlebt hat, wer sich an ihn erinnert ohne die uferlosen Beschönigungen und Lügen, mit denen seit Jahrzehnten unsere Geschichte und insbesondere unsere jüngere und jüngste Vergangenheit ungenießbar gemacht wird, der weiß, dass der 8. Mai 1945 ein Tag des Jammers und der Tränen war. Daran ist festzuhalten, ohne Konzessionen an andere Auslegungen, wie sie gerne gehört werden von denjenigen, die den offiziellen Beifall spenden. Opportunisten, die vor den Tatsachen die Augen verschließen, sind die Totengräber der deutschen Selbstbewahrung. Es ist eine Tatsache, dass der 8. Mai 1945 für uns ein Tag des Elends, der Qual, der Trauer war. Deutschland, das deutsche Volk hatte sechs Jahre lang im gewaltigsten Krieg aller Zeiten um die Existenz gekämpft. Die Tapferkeit und Opferbereitschaft der Soldaten, die Charakterstärke und Unerschütterlichkeit der Frauen und Männer während des alliierten Luftterrors, die Tränen der Mütter, der Waisen, wer die Erinnerung daran zuschanden macht, zerrüttet unser historisches Selbstverständnis. Die Siegermächte von 1945 erklären nach wie vor, den Zweiten Weltkrieg im Zeichen des Christentums als einen Kreuzzug gegen Deutschland geführt und gewonnen zu haben. Sie retteten dadurch, wie sie versichern, die Humanität und alle höheren Werte der Menschheit. Sie führten diesen Krieg mit allen Mitteln, auch mit den Mitteln eines Bombenkrieges, der die Kinder, die Frauen, die Flüchtenden, die Greise genauso als Feinde behandelte wie die regulären Truppen. Die militärische Kapitulation des Deutschen Reiches bedeutete für die gesamte Welt eine Zäsur. Denjenigen Völkern, die gegen Deutschland gekämpft hatten, gilt er als ein Tag des Triumphes, der überschäumenden Freude, des Stolzes auf die Tapferkeit ihrer Soldaten, und selbst der Kummer und Schmerz jener Familien, die Tote zu beklagen hatten, weiß sich eingebettet und umfasst von einer höheren Sinngebung. Für Deutschland dagegen, dem es zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert gelungen war, einen Krieg gegen die ganze Welt zu verlieren, bedeutete der 8. Mai etwas ganz anderes. Das Einzige, was die Gegner an diesem Tag gemeinsam hatten, war das Schweigen der Waffen, das Ende des Krieges der Soldaten, die Erlösung, dass es nunmehr mit dem Töten vorbei sei. Im Übrigen lagen zwischen dem Triumph der Sieger und der Ohnmacht der geschlagenen Abgründe ohne Brücken. Deutschland und das deutsche Volk waren zu Boden geworfen, das deutsche Reich zertrümmert. Der Tag des Friedens der Sieger brachte jedoch Abermillionen von Deutschen die Hölle auf Erden. Gibt es für die Eroberer von 1945 keinen Anlass, danach zu fragen, mit welchen Verbrechen sie dem Triumph ihres Kreuzzuges für die bedrohten Menschheitswerte das Siegel aufgedrückt haben? Und zwar in jenen Friedensjahren nach der militärischen Kapitulation, in denen von Ostpreußen bis nach Jugoslawien Deutsche erschlagen, hingemetzelt, vergewaltigt, gefoltert, ausgetrieben wurden. In jenen Jahren, derer wir jetzt gedenken sollen als der Zeit einer Befreiung und einer neuen Zukunft, die uns zum ersten Mal in unserer tausendjährigen Geschichte, Freiheit, Recht und Menschenwürde, gebracht haben soll. Die Unverfrorenheit des Versuchs, uns diesen 8. Mai als ein Datum der Befreiung anzudienen, wird nur durch die Schamlosigkeit der Begründungen dafür übertroffen. Wer im 20. Jahrhundert einen Krieg verliert, wird vom Sieger zum Schuldigen und Verbrecher erklärt. Wie soll man das Wertesystem derjenigen einschätzen, die dem deutschen Volk 1945 jede Moral geraubt und alle Ansprüche auf Grundrechte bestritten hatten, und wenige Jahre später, als deutsche Soldaten wieder gebraucht wurden, aufgrund derselben Normen das deutsche Volk plötzlich als würdig erachteten, westliche und östliche Interessen mit der Waffe zu verteidigen? Auch daran sollten wir uns erinnern bei dem Versuch, mit unserer Geschichte ins Reine zu kommen. Der 8. Mai 1945 ist und bleibt ein Fest der Sieger. Das ist nicht unser Fest. Uns steht die Erinnerung an Wahrheiten zu, deren Gehalt von keinem Datum abhängt. Zur Lebensgeschichte des Einzelnen wie zur Geschichte eines Volkes gehören Niederlagen und Unglück genauso wie das Glück und der seltene Triumph. Nur dann, wenn sich der Einzelne, wenn sich ein Volk selbst aufgibt und sklavisch unterwirft, so dass wir schließlich glauben, den Kopf umso höher tragen zu können, je tiefer wir ihn voller Scham beugen. Nur dann geht alles verloren. In der Variante einer Feststellung des Kaisers Mark Aurel. Zitat Lass dir die Vergangenheit, lass dir die Zukunft nicht verfälschen. Du wirst, wenn es nötig ist, schon hinkommen, mit Hilfe derselben Geisteskraft, die dich das Gegenwärtige ertragen lässt. Zitat Ende. Befreit fühlen mochte sich am 8. Mai 1945 die Gruppe derjenigen, die nicht begriffen, welch heillose Konsequenzen die praktische Gleichsetzung von Deutschland mit dem Nationalsozialismus zur Folge hatte. Sie wurden nicht einmal dadurch nachdenklich gestimmt, dass die Kriegsgegner niemals ein Hehl daraus machten, in Deutschland den zu vernichtenden Feind zu sehen, gleichgültig, ob Deutschland vom NS regiert wurde oder eine demokratische Ordnung besessen hätte. Deshalb wurden auch die Widerstandskreise ignoriert und alle Versuche, Kontakte herzustellen, abgeblockt. Diese Tatsache wurde öffentlich von Churchill, Stalin und von General de Gaulle unterstrichen. Alle drei erklärten, dass in den Jahrzehnten zwischen 1914 und 1944 nichts anderes stattgefunden hatte als ein, 30-jähriger Krieg, gegen Deutschland, Hitler hin, Hitler her. So ist es auch wörtlich in einem Brief Churchills an Stalin vom 20. Februar 1944 zu lesen. Zitat, ich betrachte diesen Krieg gegen die deutsche Aggression als ein ganzes und als einen 30-jährigen Krieg von 1914 an. Zitat Ende. Befreit, wurden wir aber auch in einem handfesten Sinn, von dem Elementarsten, was ein bewusster Mensch besitzt, von unserer Selbstdachtung und unserem Stolz, von unserem Anstand, unserer Tapferkeit, von der Selbstbestimmung, von unserem Wissen, dass wir ein Volk sind, von der Freiheit der Erkenntnis, von unserer Geschichte. Millionen wurden von ihrer Heimat, befreit. Angesichts dieser Summe von, Befreiungen, schrie 1946 Aloysius J. Münch, Bischof von Fargo in Norddakota, buchstäblich auf. Zitat, Das größte Verbrechen unserer Zeit. Nichts in der Geschichte kommt demgleich. Zitat Ende. Befreit wurden selbstverständlich alle Gefangenen in Deutschland, eine Binsenweisheit. Und befreit mochten sich auch diejenigen fühlen, die tatsächlich Gegner des Nationalsozialismus gewesen waren und diese Opposition hoch genug einstuften, um vom Schicksal Deutschlands unberührt zu bleiben. Die Rede ist nicht von solchen Gegnern, die ihre Ablehnung in der dubiosen Form einer, inneren Emigration, praktizierten und ihr widerständlerisches Heldentum erst nach dem 8. Mai 1945 der Öffentlichkeit bekannt gaben. Die Rede ist nicht von Deserteuren der letzten Kriegswochen, selbst wenn sie später hohe und höchste Ämter in der Bundesrepublik oder der DDR bekleideten. All diese Leute mochten sich im Mai 1945 befreit fühlen. Deshalb nahmen sie auch bewusst keine Notiz von der grundsätzlichen Direktive JCS 1067-6, die der Generalstab der Streitkräfte der Vereinigten Staaten am 26. April 1945 dem Oberbefehlshaber der US-Besatzungs-Truppen erteilte. In ihr stand der lapidare Satz, mit dem alle Zweifel über die Natur des 8. Mai hinweg gewischt wurden, Zitat, Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat. Zitat Ende In der folgenden Zeit und mit besonderem Nachdruck in den 80er Jahren wurde mit zunehmender Häufigkeit von Politikern und selbsternannten Experten versichert, dass für die Deutschen das Jahr 1945 ein welthistorisches Jahr der Befreiung gewesen sei. Ihnen sei damals überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte die Freiheit gebracht worden. In der Gedenkrede des amtierenden Bundespräsidenten, der den 8. Mai 1945 mit pastoser Sanftheit als einen »Tag der Befreiung« umgrenzte, war zu hören, dass wir dadurch in der später gegründeten Bundesrepublik, Zitat, die kostbare Chance der Freiheit, Zitat Ende, erhalten hätten. Bei solchen Behauptungen handelt es sich um bewusste Selbsttäuschungen, absichtliche Entstellungen oder schlecht getarnte Irreführungen. Der Zweck lag auf der Hand. Legitimierung sowohl der Besatzungsmächte als auch der von ihnen erwünschten Neuordnung in den aufgeteilten Gebieten Deutschlands. Dass sich dieses Szenarium auf der politischen Breitleinwand bis ans Ende der 80er Jahre gehalten hat, gehört zu den charakteristischen Merkmalen unserer inneren Verhältnisse. Tatsächlich wurden die Alliierten Sieger erst sehr viel später in Befreier verwandelt. Als es nämlich für die Besatzer zweckmäßig wurde, die verschiedenen Gebiete Deutschlands, die sie erobert hatten, in militärisches Aufmarschgebiet zu verwandeln. Da sie nunmehr die Deutschen als Soldaten benötigten, verwandelten sich die Sieger von 1945 in den 50er Jahren über Nacht in Freunde und Befreier. Dieser wundersame Prozess spielte sich ab innerhalb eines Rahmens politischer Zweckdeutungen und zu einer Zeit, in der nichts mehr zu befreien war, auf gar keinen Fall aus denjenigen Verhältnissen zu befreien, von denen behauptet worden war, dass uns erst die Alliierten davon befreit hätten. Politische Zweckdeutungen dieser Art färbten die Innenseite der Außenansicht von der Bundesrepublik. Dass die Farbe nicht verblasst, darum bemühen sich die meisten der Gedenkredner im Dienste Bonns. Insbesondere deshalb, weil unseren sogenannten demokratischen Freunden im westlichen Europa und jenseits des Atlantik diese Farbe so sehr zusagt. Was davon zu halten war, zeigte sich überdeutlich im Pro und Contra des Besuches von US-Präsident Ronald Reagan in der BRD im Mai 1985. Die Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof Bitburg, vier volle Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war als bewusst berechnete, versöhnende Geste gedacht. Als das Vorhaben bekannt wurde, erhob sich in der amerikanischen Öffentlichkeit ein Sturm der Entrüstung und des deutschen Hasses. Fast alle Senatoren protestierten gegen den Besuch, ebenso erklärten sich 257 von 435 Kongressabgeordneten dagegen, also fast 60 Prozent. Die Protestschreiben ließen sich nicht mehr zählen, die schnaubenden Zeitungsartikel nicht mehr auflisten. Damit begann Ronald Reagans schmerzlichste Zeit, als Präsident, wie er wörtlich sagte. Ausgelöst wurde die Empörung durch die Entdeckung, dass sich in Bitburg auch die Gräber von 49 Gefallenen der Waffen-SS befanden, also einer rein militärischen Kampftruppe. Diejenigen, die ihr angehörten, waren Soldaten wie alle anderen, und im Zweifelsfall vielleicht etwas zuverlässiger. In den ersten Jahren nach 1945 war dies noch allgemein bekannt. 1951 hatte der Vorsitzende der SPD, Kurt Schumacher, mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass die Waffen-SS nichts anderes gewesen sei, als ein regulärer vierter Wehrmachtsteil. Doch die Toten der Waffen-SS in Bitburg waren nicht das wirkliche Problem. Gemeint waren alle deutschen Soldaten. In den USA ragiert bis heute in der meinungsbildenden Öffentlichkeit die deutsche Wehrmacht des Zweiten Weltkrieges als Nazi-Armee. Senator Krenzten aus Kalifornien fand die bündigen Worte als er seinem Präsidenten empfahl, keinen deutschen Friedhof zu besuchen, Zitat, um deutsche Soldaten zu ehren, die amerikanische Soldaten im Dienst des größten Tyrannen unserer Zeit, Adolf Hitler, getötet haben. Zitat Ende. Man mag diese Version auf sich beruhen lassen. Doch auch die Deutschen dürfen fragen, ob nicht zur Würde des Todes vor allem die Tatsache gehört, dass die Feindschaften des Lebens am Grabe enden. Die Flutwelle des Ressentiments und der Albtraum des wochenlangen Streits um Bitburg wäre nicht umsonst gewesen, wenn sie uns ein wenig das Blinzeln gelehrt, um nicht zu sagen die Augen geöffnet hätten. In den USA wurden im April und Mai 1985 nicht nur alle deutschen Soldaten erneut zu Verbrechern erklärt, sondern bei dieser Gelegenheit auch gleich die Deutschen der Gegenwart als Nachfahren der Nazis und als Nazi-Schurken. Dies geschah in der Öffentlichkeit einer Nation, die sich rühmt, Hüter der Menschenrechte zu sein, und nach deren Rechtsbegriffen es immer nur Einzelverbrechen gibt. Verbrechen der Person, nicht aber Verbrechen ganzer Völker. Kurz vor seinem Abflug aus Washington nach Europa und Bitburg meinte der amerikanische Präsident, die Bundesrepublik sei ein besonders geeigneter Platz, um den Triumph westlicher Werte zu feiern. Auch deshalb begannen sich, als die Wogen des Streites um Bitburg die Flutmarken überspült hatten, viele in Westdeutschland ähnlich erregt zu fragen, ob wir nicht nur die beiden Weltkriege, sondern auch den Verstand verloren hätten. Es geht dabei noch nicht um den schlammigen Komplex der Kollektivschuld, Kollektivhaftung und Kollektivscham mit seinen intellektuellen Unappetitlichkeiten und widerwärtigen Unterstellungen. Aber kaum jemals in den letzten Jahren war ein Ereignis charakteristischer für die tatsächliche Situation der Deutschen als der Entrüstungssturm um Bitburg. Er bewies uns handgreiflich, dass wir mehr als vier Jahrzehnte nach der militärischen Kapitulation auch bei denjenigen, die sich nun schon seit so langer Zeit ununterbrochen als unsere, Freunde, bezeichnen, noch immer als die Geächteten von 1945 gelten. In den 60er Jahren erhob sich unversehens ein allgemeines Klagen über das Schwinden eines Mindestmaßes an Geschichtskenntnissen und über die Zerstörung des historischen Bewusstseins der Deutschen. Das Gezeter erschien freilich jedem, der die Etappen der Geschichtsdestruktion seit 1945 kannte, unverständlich. Hatte man uns doch zielstrebig unserer Geschichte beraubt. Es geht beileibe nicht darum, ob sich ein Volk im Glanz seiner Geschichte sonnt oder ahlt, auch nicht darum, ob es dank dessen, was vielleicht als eine Überlast des Verwerflichen quält, seine Geschichte als betrüblich empfindet. Es geht darum, ob es die Geschichte überhaupt zur Kenntnis nimmt. Geschichte hat außerordentlich viele Bedeutungen und Effekte. In und für die Demokratie ist sie die Basis der politischen Zentralbegriffe. Denn die Demokratie ist selbst ein Stück Geschichte, eine Geschichte der letzten 200 Jahre. Ihre Geburtsstunde war die Erklärung der allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte am Ende des 18. Jahrhunderts. Da die Geschichte die Grundlage auch unserer Demokratie ist, kommt alles darauf an, dass die Geschichte stimmt, dass sie vor allem von bewusst verfälschenden Interpretationen freigehalten wird. Seit 1871, der Gründung des Zweiten Deutschen Reiches, war Europa auf Deutschland konzentriert. Seitdem konnte und musste mit der Rache Frankreichs, das immerhin den Krieg 1870 selbst gewünscht und erklärt hatte, und dem verhaltenen Zorn Großbritanniens gerechnet werden. Eine starke Kontinentalmacht auch in Europa, zumal eine Industrie- und Wirtschaftsmacht wie das Zweite Deutsche Reich, das im Wettbewerb überall die englische Konkurrenz ausstach, warf die traditionell von London ausgesteuerte Gleichgewichtspolitik über den Haufen. Tragisch an dieser Neuordnung war, dass sie zugleich diejenige Minimalform der nationalen Selbstbestimmung darstellte, zu der im 19. Jahrhundert alle Völker strebten, insbesondere diejenigen, die eine Demokratie als Staats- und Gesellschaftsform verwirklichen wollten. Dem Deutschen Reich Bismarcks und Kaiser Wilhelms der Zweite. Ein Großmachtstreben vorzuwerfen, ist deshalb in mehrfacher Hinsicht historische Falschmünzerei. Man hatte dem französischen Politiker Clemenzo, dem sein Hass auf alles Deutsche zu großem Format verhalf, das Wort in den Mund gelegt. Zitat, es gibt 20 Millionen Deutsche zu viel auf der Welt. Zitat Ende. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es gibt für so viele unserer Nachbarn, die heute von uns offiziell als Freunde hofiert werden, schon seit dem Wiener Kongress 1814, aber jedenfalls mit Sicherheit seit 1871 zu viele Deutsche auf der Welt. Der britische Botschafter in Berlin, Sir Neville Henderson, präzisierte 1939 das Problem. Zitat, Deutschland ist ein mächtiges großes Land. 80 Millionen fleißige und disziplinierte Deutsche werden immer ein lästiger Faktor in der europäischen Politik und Wirtschaft sein. Zitat Ende. Wäre wirklich das Recht jedes Volkes, sich als Nation in einem eigenen Staat und mit einer eigenen Gesellschaftsform zu organisieren, ein demokratisches Hauptziel, dann hätten die anderen Völker jubeln müssen, als es auch den Deutschen gelang, mit Hilfe Bismarcks den kleindeutschen Nationalstaat zu schaffen. Vergessen war jedoch plötzlich die großartige Unterstützung, die seither alle Nationalbestrebungen der kleineren Völker von uns erhalten hatten. Einer unserer namhaftesten Zeithistoriker, Alfred Schickel, dessen Rang sich sowohl aus seiner Sachkenntnis, als auch aus seiner kompromisslosen Unbestechlichkeit ableitet, zog 1987 ein nüchternes Resümee. In den Aussagen der Kriegsgegner Deutschlands auf den Konferenzen von Yalta im Februar 1945 und von Potsdam im Juli, August desselben Jahres, wurde, Zitat, einwandfrei festgestellt. Was der 8. Mai 1945 für die Deutschen bedeuten sollte, nämlich den Beginn der Selbsterkenntnis und der Selbstbezichtigung sowie die Ergebung in den Willen der Sieger. Diese Erwartung der Sieger von 1945 bemühten sich die Deutschen nach Kräften zu erfüllen und sind nach den Zeugnissen der letzten Zeit auch nach 40 Jahren immer noch dabei, diese Anstrengungen fortzusetzen. Zitat Ende. Zweifellos habe erst der Zweite Weltkrieg und sein Ende die Sieger von 1945 in ihre Entscheidungsrolle gebracht. Aber ebenso zutreffend und unteilbar sei, Zitat, auch ihre Verantwortung für die Welt von heute. Und die zeigt für das deutsche Volk die Aufspaltung seines Reiches und die Teilung seiner Nation. Beide Tatbestände sind aber kaum Anlass zu feiern, aber vielleicht Veranlassung, kritisch über sie nachzudenken. Zitat Ende. Wie wenig ist bei den Reden zum 8. Mai und anderen Gedenktagen davon zu spüren. Am beklemmendsten, am peinlichsten ist die sittlich drapierte Servilität, die gerade wegen des getragenen Tonfalls überdeutlich wird. Auch wenn bei uns mehr als genug unternommen wurde, um Rückgratlosigkeit einzuüben, so erstaunt es doch immer wieder und ist verblüffend, mit welcher Leichtigkeit sich auch schwergewichtige Politiker geradezu überschlagen, um am 8. Mai zusammen mit den früheren Feinden die Feier ihrer eigenen, der deutschen Niederlage zu begehen. Immerhin gibt es dabei einen Trost. Mit der Haltung der Deutschen selbst hat das nicht viel zu tun. Neben der Resignation haben wir auch gelernt, öffentlichen Verlautbarungen dieser Art schweigend zuzuhören und mit unbewegter Miene die Kniefälle unserer politischen Repräsentanten vor dem Tabernakel deutscher Niedertracht zu beäugen. Die Älteren wissen es besser. Die Jüngeren haben es zwar anders gelernt, sind aber inzwischen genügend selbstbewusst, um entweder das Peinliche oder das Kuriose herauszuspüren. Für sie handelt es sich um Ereignisse der Prähistorie. Was geht sie's an? Kaum jemals hatte die Formel von der schweigenden Mehrheit größere Berechtigung als in den 80er Jahren. Millionen und Abermillionen war das Wort unseres Königsberger Philosophen Immanuel Kant aus dem Herzen gesprochen. Zitat, wer sich zum Wurm macht, darf sich nachher nicht wundern, wenn er getreten wird. Zitat Ende. Die Jahre 1989 und 1990 setzen in Europa nicht nur einen Schlusspunkt hinter die Zeit seit 1945, sondern schließen auch das 20. Jahrhundert ab. Sie liefern uns beachtenswerte Lehrstücke in Politik. Betroffen, unwillig, irritiert müssen sich die Nachbarn rund um Deutschland damit abfinden, dass unsere Einheit, wenn auch in einer territorial verkrüppelten Form, zu einer Tatsache geworden ist. Kaum einer der europäischen Politiker hat aber bis jetzt wahrgenommen, dass die Beseitigung des innerdeutschen Stacheldrahtes und des Todesstreifens zwischen Lübeck und Hof nicht nur die Wiederherstellung Deutschlands eingeleitet hat, sondern auch die Restitution jenes Europas, dessen Einheit auf dem Gebiet des Kalten Krieges zwischen den USA und Sowjetrussland vernichtet worden ist. Statt dass die europäischen Völker diesen Umstand wie eine Erlösung feiern und rühmen, lassen sie und ihre Regierenden sich von ganz anderen Sorgen quälen. Sorgen, die gänzlich überflüssig sind, wenn sie sich entschließen würden, die Verbeugungen unserer politischen Repräsentanten vor ihnen ernst zu nehmen. Ihr Misstrauen, dass es sich dabei nur um Schauspielerei handeln und, die Deutschen, damit lediglich ihre Großmachtgelüste kaschieren würden, beruht auf falschen Voraussetzungen. Denn unseren wortführenden Politikern und den Meinungsbildern in den Medien ist es ernst mit ihrer Unterwürfigkeit. Sie wissen kaum noch etwas von den Grundbegriffen, die zum Arsenal der Selbstachtung aller Völker auf diesem Erdball gehören. Gemeingeist, Liebe zur Heimat, Schutz des Rechtes, nationale Würde, Selbstsicherheit, Wahrung der Interessen, in Einsetzung mit dem Volk, mit der Geschichte, mit dem Vaterland Deutschland. Allenfalls existiert dies nur insgeheim im Herzschlag unserer Politiker. Es lebt aber voller Kraft in den Deutschen selbst. Diese Tatsache allein gibt den Sorgen unserer Nachbarn ihre Grundlage. Da sind sie nicht müde geworden, uns einzuhämmern, dass sich bei uns diese Grundbegriffe in ihr Gegenteil verkehrt haben. Als Beweis wurde uns unsere Geschichte vorgehalten, eine Geschichte freilich, die nichts mit dem tatsächlichen Geschehen in unserer Vergangenheit zu tun hatte. Ebenso wurde von den Abgeordneten und in der, wenn nicht maßgeblichen, so doch maßgerechten Presse seit Jahr und Tag versichert, dass wir uns bis in alle Ewigkeit der, westlichen Wertegemeinschaft, angehörig fühlen würden, jenem Westen also, der Grundnormen des Volkes und Staates hochhält, uns aber fast ein halbes Jahrhundert lang, das Recht, dasselbe zu tun, abgesprochen hat. Wie stolz sind andere Völker auf ihre Nation und ihre Geschichte. Wie selbstverständlich und jenseits aller Diskussion ist ihnen ihr Nationalgefühl. In unseren Schulbüchern dagegen, in unseren Erziehungs- und Parteiprogrammen findet sich nichts dergleichen. Dies ist das Ergebnis der alliierten Umerziehung, die nach 1945 begann. Die Architekten dieser Umerziehung waren gründliche Leute. Seit 1943 galt die Re-Education bei den Westalliierten als eine beschlossene Sache. Das allgemeine Ziel wurde in einer Aktenotiz mit dem Satz umrissen. Zitat Wir werden die gesamte Tradition auslöschen, auf der die deutsche Nation errichtet wurde. Zitat Ende. Deshalb unterlegten sie der ganzen deutschen Geschichte eine beständige Bereitschaft zu militärischer Aggression, die in unserem Jahrhundert schließlich ihren Gipfel darin erreicht habe, dass Deutschland die beiden Weltkriege vom Zaun gebrochen hätte. Die unerlässliche Verbindung von der Kriegspropaganda zur Friedensarbeit der Umerziehung wurde unter anderem von dem damaligen US-Hochkommissar John McCloy hergestellt. Der versierte Finanzfachmann wurde zum Freizeithistoriker und erklärte, dass sich die kritische Prüfung und Neuorientierung der deutschen Geschichte nicht auf das Dritte Reich beschränken dürfe, sondern zumindest bis auf Bismarck zurückgreifen müsse. Die Empfehlung fiel bei den inländischen Schöpfern eines sogenannten Geleuterten, Geschichtsbildes auf fruchtbaren Boden. Zu ihnen gehörten nur selten sachkundige Historiker, dafür umso beflissenere Demokraten. Die Abhandlungen, die dann der vorgegebenen Generallinie von Luther über Friedrich den Großen zu Bismarck und Hitler wie Suchhunde einer Fährte folgten, sind heute kaum noch zu zählen. Sie dienten durchweg, nicht der historischen Wahrheit, sondern der bewussten Zurichtung auf Kosten der deutschen Geschichte, die uns auf diese Weise buchstäblich gestohlen wurde. Die Ergebnisse lagen schon nach wenigen Jahren vor, in Geschichtsbüchern, denen unsere Anpassungsapostel die Druckerlaubnis erteilt hatten, in preisgekrönten Abhandlungen, in regelmäßigen Dossiers von Zeitschriften, in Sendungen des Rundfunks und des Fernsehens. Heute ist es kaum noch jemandem von uns bewusst, dass gerade die Medien, die von der Zuversicht und der bewusst gepflegten Irreführung leben, die öffentliche Meinung wiederzugeben, unverändert das Prägezeichen der Umerziehung tragen. Die Sieger hatten den öffentlich-rechtlichen Anstalten bei ihrer Genehmigung diese politisch-pädagogische Direktive als Auflage mitgegeben. Was aber den Deutschen in der damaligen DDR wegen der Aufdringlichkeit der offiziell verkündeten Ideologie stets gegenwärtig blieb, das wurde dem Bundesdeutschen so beharrlich als »freie Meinung« vermittelt, dass er es schließlich verinnerlichte. Die deutsche Geschichte, so wurde von den vielen Volkspädagogen gelehrt und verkündet, sei ein kompletter Abweg, ein unseliger Marsch von Verbrechern in den größten Verbrecherstaat der Menschheitsgeschichte, ins Dritte Reich. Einer unserer Politikwissenschaftler stellte fest, dass schon Konrad Adenauer die Erfahrungen der fehlgeleiteten deutschen Geschichte Orientierungspunkte seiner Politik geliefert hätten. Ebenso konnte der Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 in seiner vom Ausland mit so viel anzüglichem Beifall quittierten Rede behaupten, dass jenes Datum, das Ende eines Irrwegs deutscher Geschichte, bedeutet habe. Keiner unserer namhaften Historiker protestierte öffentlich und entschieden gegen diese Herabsetzung unserer Vergangenheit, deren Kompetenz nicht auf Sachkenntnis beruhte, sondern von nichts anderem getragen wurde, als von der Autorität des Hohen Amtes. Keinem Studenten ließe man eine derart fehlerhafte Begründung durchgehen, zumal wenn sie wissentlich versucht würde. Die Kombination der Singularität der KZ-Verbrechen mit der abscheulichen Einmaligkeit des Geschichtsverlaufs besiegelte dieses Unternehmen der Diffamierung. Hier wurde auch das Ei des vergleichsweise sachlicheren Begriffs des, deutschen Sonderweges, ausgebrütet. Die Umerziehung hatte in die Gefilde der Geschichtsschreibung mit der unverhüllten Anweisung ihren Einzug gehalten, dass sich die historische Forschung der fehlgeleiteten, abartigen Geschichte der deutschen zwecksdemokratischer Erziehung zu mündigen Bürgern anzunehmen habe. Und eben das geriet in den Händen jener Historiker, die sich nicht dem geschichtlich Korrekten verpflichtet hatten, zu jenem feinen Gift, dessen Wirkung auf der unmerklich ansteigenden Dosierung beruht. Die meisten Geschichtsforscher hielten sich allerdings zurück. Die Gründe dafür fanden sich in den Jahren zuvor. Obwohl diese Reserve mehr Takt verriet als der demokratische Selbstbezichtigungseifer anderer Kollegen, lief die Haltung in beiden Fällen darauf hinaus, dass die Bundesbürger in einer Existenzfrage vom Gros ihrer Historiker im Stich gelassen, ja verraten wurden. Das erinnerte unweigerlich an Alfred Kehrs bösartige Bemerkung über Thomas Mann im Jahre 1913. Zitat, ein feines, etwas dünnes Sälchen, dessen Wurzel ihre stille Wohnung im Sitzfleisch hat. Zitat Ende. Der Vorgang hatte seine Parallele in der radikalen Demontage der deutschen Industrie, die in Yalta und Potsdam beschlossen worden war und das deutsche Produktionsniveau auf mehr als 50 Prozent des Standes von 1938 senken sollte. Während die Industriedemontage in der Bundesrepublik Ende 1950 eingestellt wurde, setzt sich die Demontage unseres Geschichtsbildes noch mehr als ein volles Jahrzehnt fort, bis sie komplett durchgeführt war. Mit diesem Ende endet aber auch die Analogie. Denn im Gegensatz zum Neuaufbau der demontierten Industrie war aufgrund der besonderen Bedingungen des Geschichtsunterrichts an den Schulen und der langen Nachwirkung der Eingriffe in die Historiografie ein ähnlicher Neuaufbau nicht möglich. Voraussetzung dafür wären radikal veränderte Initiativen gewesen. So verbuchte gerade im Bereich der Geschichte, die Umerziehung ihre bemerkenswertesten Erfolge. Die Diskriminierung des deutschen Charakters ließ sich mithilfe einer tausendjährigen Geschichte weit nachhaltiger durchführen als mit den zwölf Jahren des Dritten Reiches. Selbstdachtung ist bekanntlich dann am leichtesten zu vernichten, wenn sie schon weitgehend angeschlagen ist. Wie sollte politische Selbstbejahung denkbar sein, wenn ihr Fundament, die Geschichte des Volkes, zerstört war? Für Arnold Gehlen reichte die Kunst, jemanden geistig wehrlos zu machen, von der Lüge bis zur Diffamierung. Deshalb hätte die internationale Konvention über die Verhinderung und Unterdrückung des Verbrechens des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 auch einen geistigen Völkermord anerkannt und in Artikel 2b definiert als, Zitat, schweren Angriff auf die physische oder geistige Integrität einer Gruppe. Zitat Ende. Dieser Begriff, so ergänzte Gehlen, Zitat, umfasst natürlich die Traditionen und Überlieferungen eines Verbandes ebenso wie ihre Ehre, und ein Volk gewaltsam von seiner Geschichte abzutrennen oder zu entehren, bedeutet dasselbe, wie es zu töten. Zitat Ende. Soll man heute so weit gehen und sagen, dass das Recht der nationalen Selbstbestimmung, das nur in einem gemeinsamen Staat zu realisieren ist, uns deshalb nicht zusteht, weil unsere Bevölkerungszahl 20 Millionen zu hoch ist? Die Frage ist nicht abwegig. Die Kommentare unserer Nachbarn bestätigen es im Jahr der Deutschen Einheit mehr denn je. Schon die Bundesrepublik war im Europa der Wirtschaftsgemeinschaft aufgrund ihrer Bevölkerungszahl und ihrer Erfolge zu mächtig. Käme es nicht vielen Erwartungen unserer ausländischen Freunde entgegen, wenn sich bei uns die Ehe als eine Institution zur Pflege des Geburtenrückgangs durchsetzen würde? Die historische Entwicklung wird nachhaltig von demografischen Momenten geprägt. Diese Tatsache wird bei unserer Geschichte inmitten Europas meist unterbewertet. Die Bevölkerungszahl der Deutschen lässt sich aber weder hinweg disputieren noch unterschlagen. Mit ihr hängen auch die Effekte jener Eigenschaften zusammen, die zu unserer Wirtschaftskraft, dem Standard der Industrie, zur technischen Innovation, der Hochwertigkeit unserer Produkte geführt haben. Das muss man hinnehmen. Nicht hinzunehmen ist es deshalb, dass wir uns dem Ausland gegenüber noch immer in der verdukten Nachkriegshaltung gefallen, uns quasi bei jeder Gelegenheit dafür entschuldigen, dass es uns gibt. Als dürfte der Deutsche nur mit schlechtem Gewissen lachen. In einer Sendung des zweiten deutschen Fernsehens wurde dementsprechend von einer Expertin für deutsche Schändlichkeit die Hoffnung geäußert, dass die Deutschen dank der sinkenden Geburtenrate bald aussterben würden, da unser Volk wegen seiner Verbrechen den Anspruch auf ein Fortleben verwirkt hätte. Eine der bedeutendsten Grundformeln der Bundesrepublik heißt Pluralismus. In der Geschichtsforschung wirkt sich dieses Prinzip der Gruppenautonomie, die alle denkbaren Gegensätze umfasst, als Kaleidoskop der Perspektiven aus. Das bedeutet den Verzicht auf Einheitlichkeit, insbesondere den Verzicht auf ein Geschichtsbild, das wenigstens in den Grundzügen einheitlich wäre. So verdanken wir dem Pluralismus eine Geschichtsforschung des farbenprächtigen Riesengartens mit unzähligen gepflegten Beeten, betreut von hervorragenden, international gerühmten Spezialisten, und überall nistet der wohlbegründete Verdacht, dass sich dabei die Perspektive der deutschen Geschichte auf den Horizont der Gartenzwerge reduziert, die in den 50er Jahren an den Rabatten ihrem fröhlichen Geschäft nachgingen und zu den erfolgreichsten Exportartikeln der Bundesrepublik gehörten. Nichts ist so vielfältig, so bunt wie die Geschichte. Doch ein Pluralismus, dem der Grundkonsens fehlt, ist bestenfalls ein Blumenstrauß ohne Vase. In der Regel ist er aber nur ein Plural des Konformismus. Die Vielfalt wird bei uns durch die Kulturhoheit der Länder garantiert und verewigt. Selbst in einer kleinen Stadt können die Geschichtsbücher von Schule zu Schule wechseln. Da aber, wie es der Historiker-Philosoph Wilhelm Dilltei formulierte, die Schule eine «gesellschaftliche Veranstaltung» ist, zeigt sich an der Schule das Gesicht der Gesellschaft. Dieses Charakteristikum fehlt jedoch bei uns. Nur wenige Bundesländer behielten ohne Unterbrechung die Geschichte als selbstständiges Unterrichtsfach bei. Dazu kamen die Probleme der kontroversen Darstellung, dazu kam die Sackgasse des exemplarischen Unterrichts. Wer in einem so grundsätzlichen Bereich wie der Geschichte den Zusammenhang und die Kontinuität zugunsten einer «freiheitlichen Vielfalt» auseinanderschlägt, betreibt praktische Anarchie. Die Geschichte unseres Volkes ist keine Inseeratenwiese, auf der nach Tarif jede Meinung annoncieren kann. Niemand widersprach, als einer unserer bekannteren Sachbuchautoren in einer Nebenbemerkung unseren «geschichtsfeindlichen Unterricht» an den Pranger stellte. Nur gelegentlich und fast zaghaft rührt sich auch bei uns die Hoffnung, dass es auf die Dauer nicht bei der eingefahrenen Beliebigkeit zahlloser Geschichtsdeutungen bleiben könne. Dann würde sich möglicherweise auch die westdeutsche Geschichtsforschung auf längere Frist als staatstragend erweisen. Dies sei umso wünschenswerter, als bislang, Zitat, noch kein voller Konsens über die Legitimität und den Sinn unseres Staates insbesondere für die Jugend erreicht worden, sei. Zitat Ende. So schrieb ein westdeutscher Historiker im Preußenjahr 1982. In dieser Richtung wurde amtlich, das heißt mit Hilfe des Geschichtsunterrichts, nichts bewegt. Aber es bewegte unverändert die Nachdenklicheren, es bewegte unser Volk, es bewegte in erster Linie die vielen Millionen, die aufgrund des Zuschnitts der Medieninformation nicht repräsentativ zu Wort kommen. Trotzdem erfahren wir von ihrem Denken, Empfinden, Wollen, in einer Reihe von Befragungen so zuverlässiger Forschungsstätten wie dem Institut für Demoskopie in Allensbach. Unseren Abgeordneten, die häufig nach der Wahl vergessen, dass sich die Verbindung zwischen ihnen und den Urnengängern nicht auf den Stimmzettel beschränkt, sollten derartige Erhebungen aufmerksamer studieren als die Kommentare ihrer hausinternen Zeitungen. Amerikaner, Engländer, Franzosen, Italiener, Spanier, Polen, Portugiesen, Russen, Tschechen besitzen ein einheitliches Geschichtsbild. Es ist unabhängig von den politischen Parteien. Auch für uns Deutsche existiert ein solches Geschichtsbild. Allerdings existiert es seit 1945 nicht mehr im Geschichtsunterricht, nicht mehr bei den professionell tätigen Historikern, nicht mehr im Bewusstsein des Volkes. Man hat es uns gestohlen. Zunächst mit dem Werkzeug der Umerziehung, dann mit seiner verfeinerten Weiterentwicklung, dem über der Bodenlosigkeit schwebenden Pluralismus. Heute gibt es für unsere Existenz und unser Bewusstsein, sofern es sich nach vorn zu orientieren versucht, nichts Wichtigeres, als die Einheit unseres Volkes innerhalb eines staatlichen Neubaus zu vollenden und dadurch auch die Nation wieder sichtbar zu machen. Dazu aber gehört, dass wir unser Geschichtsbild von den Tüchern befreien, mit denen es verhängt wurde. Von den schwarzen Tüchern der Trauer, von den US, britisch, tricolor, changierenden der Westsieger, von den Roten des Marxismus, ja selbst von den schwarz-weiß-roten und schwarz-rot-goldenen Tüchern unserer Vergangenheit und Gegenwart. Denn unser Geschichtsbild ist, so wie dasjenige anderer Völker, ein Bild, das sich nicht aus der Deutung der Gegenwart ergibt, sondern die Deutung der Gegenwart ermöglicht. Vor wenigen Jahren klagten die Navajos, der größte Indianerstamm in den Vereinigten Staaten, Zitat, unsere Selbstdachtung ist auf null gesunken. Von Generation zu Generation nicht wirklich für sich selbst verantwortlich sein können, das ist absolut tödlich für das Selbstbewusstsein. Keine Kontrolle über das eigene Leben haben, nicht einmal verrecken können, weil dich irgendeine barmherzige Institution auffängt. Das ist schlimmer als sterben. Zitat Ende. Das elementare Aufbegehren der Navajos ist zu ergänzen durch eine Bemerkung von Karl Schmitt. Zitat, Dadurch, dass ein Volk nicht mehr die Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches Volk, Zitat Ende. Das sind zwei nützliche Kommentare zu unserer Geschichte seit 1945 sowie zu den Ereignissen der Jahre 1989, 1990 und ihren Folgen. Für unsere Partner in West und Ost, ob sie sich nun als Freunde bezeichnen oder anders, und ebenso für die frühere DDR und für den Rest der bundesrepublikanischen Existenzspanne gilt deshalb die Empfehlung, halte Deutschland nicht für tot, ehe du seine Leiche gesehen hast. Und selbst dann, dürftest du dich irren.